so leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge bronschweine oder besser gesagt hawks of war und ich würde sagen das starten wir direkt so playzoom alles easy ihr könnt natürlich auch in den kommentaren schreiben was sie als nächstes ja was sie als nächstes upgraden soll und ja ich habe dort noch einen freien ja okay alles gut dann habe ich mal direkt schauen wie es weitergeht mit fronzi schweine wie ging die steuerung noch mal muss jetzt nochmal schauen okay ich glaube ich bekommen sind auf geht's meine schweinchen sie denn in kampf ist die mission scheiße die könnte gelassen werden ok ok auf geht's du brauchst ihn hier nicht will ich mal ja wohl ich habe es auf was wir ganz anders wo ist hier das allererstes die kiste hast du denn so er hat nur bullshit leider aber ist ja egal es geht jetzt hauptsächlich das jetzt mal ein paar zielen auf überhaupt jemanden gut egal er muss weg den muss ich jetzt richtig gut treffen so weiter da unten alter what the fuck oh ich habe mich verkackt nein nur 15 schaden wollte mich verarschen und ähm na gut na gut 20 schaden mein gott passiert so jetzt kommt der ali ali du fett wanziger fett wanziger bastard so du hast du hast sicherlich tnt er hat tnt das ist natürlich bestens in lassen wir direkt in die luft gehen die eine ist die erste frage wo es bekomme ich doch bei der kiste ohr mörser nie mörser kann ich nicht umgehen ich könnte ja mit vielleicht mal ich mach mal so das hier mal eine vor dem scheiße egal und den lasse ich direkt eliminieren den tüte ich direkt als ein bastardes so sollte passen unter anderem hat es auch eliminiert unter anderem leben hat der so er geht oh mein gott jakob azuka ist ok hey they ain't nothing but a memory sir und die geht dann ja la pen ja la pen ok na gut ich brauche gar nicht heilende hände deren theoretische denn darf dann heilig denn es ist mal ein teammate oh 20 billig und er passt das stimmt jetzt und er kann nicht sterben mit 35 scheiße egal und trotzdem guten schaden jetzt es darf doch erst auf keiner sterben er hat noch der macht ich möchte es am besten ich könnte eigentlich rein schießen mit der schnee macht das ganz anders nee das praktisch nicht ganz mit fünf leben ist halt schon belastend ich hoffe einfach dass die jetzt einfach da rein fliegt etwas glück liegt da jetzt rein die minen nein der fliegt nicht rein ob der überlebt gute mit 100 leben er hat genug leben er trifft wieder nicht tatsächlich er trifft tatsächlich oh gott oh gott jetzt nicht werfen der total auch so wenig leben den zerstör ich jetzt einfach die macht sich ganz ja da muss ich muss ich einfach treff einfach oh gott ich kann mit der scheiße echt noch nicht umgehen ja gut der ist eh low 30 schaden macht er der hätte halt schon getötet oder er macht gar keinen schaden der fast gar kein schaden 21 hab ne idee funktioniert einfach funktioniert einfach und wenn ich ihn netze ich treffe mich ob ich gar nichts treffe das kann doch nicht wahr sein hi you ready for this natürlich nicht sein eigenen teammate hallo ich hatte ich hatte jetzt schon die hoffnung dass er stirbt aber was mache ich jetzt ganz anders da ich bin jetzt zwei gleichzeitig und nutte so das schon mal endlich habe ich nicht mehr ne aber die sollte glaube ich genug schaden machen ich gehe jetzt noch kurz so hin und hole meine kiste ich will dazu mit der kann ich auch nicht umgehen der burst passt oder wie auch immer aber ich töte jetzt schon mal zumindest zwei leute die wohl schon lange getötet werden oh mein gott gestorben hätten sollen oh in die olga oh nicht oh nö nicht nehmen den 20 schaden ist schon total er geht auf den anderen perfekt Und auch nur Eiz 47 leben. Heiler! Der Heiler ist da. Wenigstens der Heiler, der lebt. Ist jetzt im Start. Wo ist jetzt hier erstmal? Die Heilung würde ich sagen. Und dann direkt Bring ich ihn jetzt nochmal. Genau hier. 50 natürlich. Scheiße. Egal. Ich komm nicht zu dir hin, zu dich. Oh Mann. Probiert es nicht zu dir hin kommen. Geil, heil ich alles, was ich heilen kann. Er ist schon full life. Eigentlich ja gar nicht. Oh, scheiße. Gut, dann versuche ich jetzt einfach mal. Noch die zwei Bastarde, ne? Ach. Ich muss höher zielen. Definitiv. Geh auf den. Jawohl. Jawohl. Das wollte ich. Was? Oh, das ist... Ah, ich bin drüben. Perfekt. Das wollte ich sehen. Das wollte der Bastard. Nö, ich hole mir erst mal den Ding, Alter. Genau so mal. Ich hole mir erst mal den Örpaster. Oh, nice. Guck mal den Kameraden. Der Airburst. Der Luftschlag. Yeah, jetzt geht's ab. Ich muss nur schauen, dass ich jetzt dafür leben hatte. Nein, ach egal. Next ist der dran. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Direkte Treffer. 58. Jawohl. Was will denn mit seiner 17 leben hier? Jawohl. Oh, ja. Es ist alles dein. Der ist selber fast down. Er ist selber fast down. Okay. Das wird jetzt... Das wird jetzt... Langsam kriegt. Er ist noch full life. Ach du heilige Scheiße. So jetzt den hinteren zu eliminieren. Geronimo! Jawohl. Er ist down. Oh, you suck, boy. Excellent work. We'll send them home with the tails between their legs. Nein. You are fired. Mein Gott, hab ich Glück. You, my boy, are doing a man's job. Keep it up. Ach du Scheiße, hab ich Glück. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist mein eigener Teammate. Bitte. Glau, heil. Heilung. Nein, er glaubt das Messer waren. Ich kann ihn nicht heilen. Ohhhhhh, belastend! Die kritisch. Die 40 Leben. Das wird kritisch. wir schießen jetzt erst mal unter den wohnen das staub du huren 15 leben noch der ist nicht weiß ist egal ob er kommt es oder nicht ich habe gewonnen ich packe dass jemand stirbt ihr wollt mich verarschen ob ich das wirklich jetzt gepackt hat noch oh mein gott ist das hier ist das geil und weg in die olga oh mein gott ist das geile ich gehe weiter weg genug bisher wird so dürfte mir nichts fehlen jawohl ohne dass jemand gestorben ist das will ich ich bin der sniper tatsächlich sich juni ist der heiler alles klar geil 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 meine kollegen ehrenmänner so will man das doch sehen und space to continue bin bin soll ich jetzt abkühlen er bestimmt keine schlechte idee aber der sniper braucht soll ich mich upgraden oder tnt die frage macht konnte man konnte ehrlich 40 schaden dann das war die bessere entscheidung schaut mir direkt in die zweite man kann manchmal schlimmer spucken aber das ging nicht weil kein hinweis kein tempo ah eklig musste ich ihn runter schlucken und kenne ihn oh nein so weiter geht's er hat eine tasche am holz what the fuck oh ja ich meine ich bin ready oh das meinte ich die macht fit was ist das denn oh gott Suizid will ich safe nicht beginnen aber ich könnte tatsächlich da bleiben ich frage jetzt wem mache ich den direkt schaden ich glaube ich gehe direkt auf den healer erstmal so oh gott kritische situation so treffe ich ihn eventuell besser oh ne das liebe ich bin zu riskant easy was hat ich mich? was hat ich mich? das schätzt jetzt mal runde aus kann man machen muss man aber nicht ich würde ich direkt den wegbombardieren aber ich mache es ganz anders ne das wäre viel zu viel ne ich tue erstmal den Knechten hier was schön ins wasser fliegt natürlich ist ja logisch er fällt schön ins wasser oh nice er ist fast down ja gut er hat genug Leben ohhh 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 ne er wurde gut getroffen scheiße auf der mauer jetzt hier erstmal nach hinten er ist der einzige wo getroffen wurde oder hoffentlich ich gehe mal stark davon aus ist er lasse ich wie andere die weniger leben haben als ich schön rein das ist noch full life sorry man aber ich muss den jetzt erstmal heilen ich gebe mich in den kopf dass der fast kein leben mehr hat um warum kommen denn er wischte noch bei 9 streiten obwohl ich das noch obwohl es dauern was das er war ein pistonschuss es geht ja noch es ist noch aushaltbar jetzt ist er am start was machen wir mit dir könnte versuchen drüber zu jumpen oder ich gehe einfach hin ich werde es da nicht rüber laufen so das war es ich versuche es einfach so jetzt ein bisschen drüber was eine schutzflinte ist ich habe jeden Schadenbegriff jeden Schuss treffe die Hälfte verschossen der Heal heilt jetzt oder er macht ganz im Ball oh mein Gott ist der dumm ja wo er sitzt jetzt gibt es jetzt gibt es jetzt gibt es aber ich glaube ich hole jetzt mal die Heilung oder ne geht gar nicht mehr die Blicke schon zerstört wurde also da drüben das sieht er jetzt nicht oder naja er stirbt jetzt ich treffe ihn auch noch perfekt fast perfekt ja wo er trinkt noch nice da ist noch einer ja gut er weckt da ist noch einer ist das habe ich total vergessen der Händen Schilder den mache ich jetzt meinem anderen so wie kommt es jetzt richtig aus dem Maul ich glaube jetzt mal alles alles was ich klau kann klau ich jetzt die meist mal was hast du denn da schönes oh ne rifle oh scheiße und pickpocket wow ob ich jetzt Taschendiebstahl von ihm bekommen hab ah der fasst nichts mehr komm her erst mal ein Schuss in den Bauch usa denn da ist er zack oh schön D40 perfekt best muss sie durch Robby Robby oder muss sie nicht ich gehe jetzt einfach komplett an die Front der hat genug Leben ich glaube da hat der 95 oder so ne ich frage es wo fange ich da am besten an wo ist die Ding am besten der Weg doch überall kacke man ich muss da aber rüber Gott ja gut auch noch zu leben toll Dino jawoll ich habe es geschafft mach ich es direkt so Wasser fliegt so schön Wasser fliegt so schön hoffentlich zumindest du bekommst den Schuss richtig ins Mohl alter und wird ins Mohl was lieber noch okay er war gut und ich überleben hier bleibt ihn äh er schmeißt er schmeißt er viel zu ah ja okay genug Leben suche ich jetzt einfach den Sanitär zu erledigen wenn ich genau treffe dann stirbt wenn nicht dann reiße oh Gott du machst wer ist überhaupt der Sanitär? Simon genau Simon war es auf geht Simon jetzt musst du was Gescheites machen hier nicht so wie in League of Legends jawoll und down er hat noch ein TNT übrig ah ist doch scheiße den nutze ich jetzt nicht mach jetzt was ganz anderes obwohl ich töte jetzt einfach den anderen Bastard alles drauf den eliminiere ich jetzt komplett TNT der hat es verdient zu sterben so ja ich sehe den Baum schon zaaack oh scheiße hier war noch vermisst ja gut äh wahrscheinlich lebt er noch er geht auf mein buddy CONSUME THIS jetzt wirds kritisch ah what now sir nice ich verpisse mich mit dem komplett komplett aus dem Game mal schauen oh ich hole mir einfach ich hole mir einfach das Leben da hinten ne sehr gute Idee du 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 erstmal schön böse an die Kamera gucken man kennts oh der ging zu weit ne er g oh er ging zu weit man ja ich meine ich bin bereit komm ja gut der kann mir ist der chillen ist mir egal der andere muss jetzt sterben ich werde ihn nicht ganz töten können leider aber zumindest wenn ich ihn so weit bringe dass er fast tot ist wemste denn hin oh Gott ich bin auf den Arm aber ich habe ihn auch erwischt nice und was der ging auch rein scheiße hallo das war's jetzt für dich bursche hier bisschen klappen zack da ist der wie noch die Mine ja weg die Rolle weg die Scheiße man bravo er ist noch nicht mache ich jetzt meine grünen soldaten ich verteile ich dich noch mal los und in mann bis jetzt tschau tschau Wurscht, wohl vielleicht wär das gut safer oder? Jaja ist sicherer. Aber das geht jetzt einfach wackeln nicht so. Alter wackelt der WTF. Ah weggehe. Down. Schon Mission erfüllt. Jawoll Alter. Easy. Yippie. Nice, nice, nice. Nicht schlecht. Space to continue. Nice. Nice. Nice, sir. Know your enemy. He may look just like you, an ordinary fellow doing his best to win the war. But look again, a cross-section of the enemy brain. Small, isn't it? But don't let that fool you. He's a crafty devil. Just like you, he's a survivor. Trained to live off the land and eat things that would make a billy game puke. Yes. He'll scoff anything. Just another weapon in his arsenal. When one of these sweeps down the trench, the best thing to do is to go to your gas mask. ... Hehehe. Ah, an Überleber. Ah, wird auch nicht schlecht. Überlebenskünstler. Das stimmt. Ach, fucking Stück. Oh mein Gott, ist das sexy. Da 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 da. Ah, alle Upgraded. Weichen Nice Bam Ich würde sagen Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein